Ich bin Jesper Uldal und ich bin hier Vertriebspartner von Dänemark und Island. Ich bin hier vor Ort, um unsere neue Entwicklung von dieser BeSafe Village anzuschauen. Die Reise war eigentlich ganz angenehm. Unter den Voraussetzungen für die jetzige Situation war der Flughafen relativ leer. Die Security hat gut funktioniert, war einfach. Man musste selbstverständlich nur die Masken tragen, auch im Flieger. Beim Ankunft in Deutschland, hier in NRW, habe ich mich auch sehr gut gefühlt. Das war kein Problem im öffentlichen Verkehr. Man hat das meiner Meinung nach gut im Griff hier. Eine Geschäftsreise nach Köln, meiner Meinung nach, ist genauso sicher, als du gehst von deinem Haus in dein Auto. Da ist grundsätzlich kein Unterschied. Du musst dich nur an den Regeln halten. Die Art und Weise, wo wir früher Geschäft gemacht haben und wo wir uns an der guten Tag gesagt haben, die sind weg. Das sind neue Regeln in Zukunft, die gelten. Aber das bedeutet nicht, dass man nicht noch weiter gute Geschäfte machen werden können, weltweit. Und da braucht man einen Standort und da ist die sichere Standort auf jeden Fall Köln. Die Art und Weise, wo wir jetzt noch weitergehen. Untertitelung des ZDF, 2020